Ein kleiner, kompakter Körper. Ihre Füße berühren immer nur kurz den Boden. Dann läuft sie weg. So ist es ein Träumen. Spätestens nach dem vierten Versuch sage ich immer, einen Schritt zurücktreten. Vielleicht unternehmen sie irgendwas, was ihnen gut tut. Vielleicht machen sie einen schönen Urlaub. Kinder habt ihr keine, ha? Nein. Ihr habt es jetzt fein. Wir haben auch ein schönes Leben verdient. Oder wir adoptieren. Nee, ich will nämlich ein eigenes oder gar keins. Ja, so ego bin ich. Ich hätte gerne meine Haare, deine Augen. Warst du falsch in meinen Haaren? Du kannst nicht anders als ausweichen. Mit deinen Witzen und mit deinem Körper. Es muss ja nicht jede Frau für Familie leben. Davids war nun voll. Der fühlt sich wie ein Loser. Wie ich. Wir müssen uns halt damit auseinandersetzen, dass unser Wunsch vielleicht nicht in Erfüllung geht. Du hörst mich seit Monaten nicht an. Du willst doch nur mit mir schlafen, wenn du ein Kind willst. Du hast Angst vor mir, weil du es nicht bringst. Wahrscheinlich hat die Natur recht. Ich hab noch nicht in Erfüllung. Ich hab noch nicht in Erfüllung. Ich will aber kein Haus. Oder einen Hund. Ich werde uns. Ich werde uns.